Hallo zusammen, mein Name ist Jana von Bilibi Team und in diesem Video zeige ich dir, wie du Versandlabels und Exportdokumente nochmal nachträglich herunterladen kannst. Gegebenenfalls kommt es zum Beispiel durch Browserprobleme dazu, dass Versandlabels nach der Generierung nicht heruntergeladen werden. Oder vielleicht brauchst du auch einfach ein Label, was du bereits erzeugt hast, noch einmal. In diesem Fall brauchst du nicht zu deinem Versandanbieter wechseln, sondern kannst die Labels nochmal direkt bei Bilibi herunterladen. Um ein Versandlabel erneut herunterladen zu können, musst du natürlich erstmal die Bestellung versenden. Um diese Labels jetzt erneut herunterzuladen, gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen kannst du die Labels nochmal direkt in der Bestellung herunterladen. Alternativ kannst du auch über die aktuellen Versandaufträge gehen und dort die Labels herunterladen. Die dritte Möglichkeit ist, dass du einen externen Cloud-Speicher an deinen Bilibi-Account anbindest, um dort automatisiert deine Labels zu speichern. Wir schauen uns als erstes die Möglichkeit über die Bestelldetails an. Wir wechseln dafür in unsere Bestellübersicht. Über Stiftsymbol kannst du in die Bestelldetails wechseln. Im Reiter Versand findest du dann auch deine Versandaufträge. In den Versanddetails kannst du dann die Labels erneut herunterladen und auch die Exportdokumente solltest du welche erzeugt haben. Da es sich bei unserer Anbindung nur um eine Testanbindung handelt, werden bei uns keine Labels erzeugt. Hast du aber ein Label erzeugt in deiner Sendung, findest du hier hinten Buttons. Einmal ein Button mit einem Strichcode und einmal einen mit einem Globus. Wie diese aussehen, blenden wir dir jetzt einmal kurz ein. Der Button mit dem Strichcode ist dafür da, um dein Versandlabel erneut herunterzuladen. Klickst du darauf, wird der Download gestartet. Der Button mit dem Globus macht das gleiche, nur für Exportdokumente. Die zweite Möglichkeit, wie du deine Versandlabels erneut herunterladen kannst, ist über die aktuellen Versandaufträge. Die findest du im Menüpunkt Versand unter Aktuelle Versandaufträge. Hier kannst du zum einen einzelne Sendungen abrufen. Hier hinten über das Symbol mit dem Strichcode kannst du den Download starten. Hast du mehrere Labels zusammen erstellt und möchtest all diese Labels wieder herunterladen, kannst du in Versandbatches gehen. Hier kannst du die Labels dann gesammelt herunterladen, statt alle einzeln. Die dritte Möglichkeit, wie du deine Versandlabels und Exportdokumente erneut herunterladen kannst, ist, indem du sie automatisch auf einem externen Cloudspeicher abspeicherst. Dafür musst du erst einen externen Cloudspeicher an deinen BILB-Account anwenden. Das kannst du in deinen Einstellungen im Menüpunkt Externen Cloudspeicher machen. Wie das im Einzelnen funktioniert, kannst du auf unserer Hilfe-Seite nachlesen. Damit deine Versandlabels jetzt automatisch in deinem Cloudspeicher abgespeichert werden, kannst du das an zwei Stellen hinterlegen. Zum einen in deiner Versandanbindung. Dafür wechselst du in deine Einstellungen in den Menüpunkt Versand und Fulfillment. Über den Stifte-Button kannst du deine Versandanbindung bearbeiten. Hier findest du jetzt sowohl Ausgabe der Etiketten als auch Ausgabe der Exportdokumente. Bei Ausgabe der Etiketten kannst du auswählen, wo automatisch deine Versandlabels gespeichert werden sollen und Ausgabe der Exportdokumente eben die Exportdokumente. Hier über das Dropdown-Menü kannst du dann entsprechend einen Dropbox oder einen anderen externen Cloudspeicher auswählen, den du nutzen möchtest. Speicherst du deine Versandanbindung ab, werden beim Erzeugen der nächsten Labels diese dann automatisch auf dem externen Cloudspeicher gespeichert. Versendest du über die Versandstation, dann kannst du über diese auswählen, ob und auf welchem Cloudspeicher dein Etikett bzw. dein Versandlabel gespeichert werden soll, was du da erzeugst. Dafür gehst du in deine Versandstation, suchst deine entsprechende Bestellung, klickst auf Versenden und kannst dann hier rechts Ausgabe der Etiketten und Ausgabe der Exportdokumente auswählen. Auch hier kannst du über ein Dropdown-Menü einfach wieder deinen Cloudspeicher auswählen. Bei manchen Versanddienstleistern kann es zu Einschränkungen kommen, wie lange du deine Exportdokumente bzw. deine Versandlabels noch herunterladen kannst. Das ist z.B. bei DHL der Fall. Das erneute bzw. das nachträglich herunterladen ist nur bis zum Tagesabschluss bei DHL möglich. Das ist meist zwischen 17 und 18 Uhr. Hast du sie auf einem externen Cloudspeicher abgelegt, kannst du sie natürlich dennoch abrufen. Außerdem kannst du sie auch nach wie vor in deinem DHL-Account abrufen. Wenn du noch Fragen hast, wie du Labels oder Exportdokumente nachträglich herunterlädst, dann melde dich gerne bei uns. Lass uns einen Kommentar da, schau auf unserer Hilfeseite vorbei oder melde dich bei unserem Support-Team. Bis zum nächsten Mal! 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 Vielen Dank.